ich weiß ich habe gerade baby baby das ist das liebe baby schlampe der jäger ein mann aber egal auch männer auch männer können schlampen sein war auch ist das in bieber eigentlich warum ist eigentlich kein waschbär war mich da war them eigentlich und der runde er verreckt dann alter ich habe mich da sehen ich habe noch 13 ap lol bei mir ist einer mich wie schaut es da drüben raus ist alles gut der kill war so behindert ich reiße die barrikade runter während Fius gerade den Charge anbringt was wird das jetzt eigentlich als Fertiges ich weiß auch nicht Alex jetzt 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 das ist fies Aua da fühlt man sich jetzt ganz voll gemischt Alter ich bin echt grad hier am hartem Limit Aua Sniper so wie bei vermiedernem Brennbauer der muss dann zu mir laufen wenn du gecheckt wirst ey Tim komm mal rein komm in schön kuschelig warm und es gibt Sushi hier anscheinend Tim hau ab ich werde dich schreckt ich werde dich schreckt ich werde dich schreckt sind weg ja Alex stirbt noch ja wir haben gewonnen aber mich ja tja wir hatten gute Zeiten wir waren mit dabei wir werden dich begleiten ja so was war das ich jetzt mache ich mache jetzt eine Rushrunde ok ich mache jetzt Tote Recruit Rush mit Ash ich mache voll den Rekruten Rush mit Ash und warte noch zwei Sekunden bis einer von den Typen tot ist ach ja das passiert jetzt eh eine Drohnenzeit vielleicht wird einer gekickt und dann mach ich voll die Rekruten so warte äh stirbt einer in 5 4 3 3 2 1 ey so wie es ist okay einer wie geil das war vielleicht in eine Sekunde war ich bis zu früh aber ich hab so gesagt er tötet ihn und wird gekickt ich wusste es einfach mich hin und brauche nicht oben ne 2 Rumor habe ich gesehen da oben ist Polz Polz und Valkyr einer ist im Raum ich sag immer Valkyr er ist tot einfach durchgesprayt beide könnt ihr die Mute-Sender zerstören nicht erwicht keine Ahnung wer ist fucker Och komm ist das dein fucking ernst er ist das der Schreit er ist der Schreit er ist der Schreit und wie schauts aus ja einer ist in dem Raum hinterm Kamin aber im Raum selber keiner ich sehe im Raum gerade keinen freut ich mich gerade ist da vielleicht auch keiner jetzt ist meine Drohne in einem gesprächen auf die Alle drei Kills von mir waren auf der Prefire. Das ist genau die Position, wo ich damals das Ace gemacht habe. Hallo. Du Huren. Bock. Alter. Ich wäre fast wegen dir gestorben. Wegen mir? Ja. Was habe ich denn gemacht? Du bist von oben gekommen. Dann wurde ich beschossen und ich dachte, du wärst ein Gegner. Ich hätte beide einen Headshot verpasst. Dann habe ich gerade aufgeholt. Deswegen bist du fast gestorben. Ja, weil ich dann nach oben geguckt habe und nicht nach hinten, wo ich beschossen war. Du hast ihn dann nicht mal getötet. Ich sag doch, ich habe ihn nicht mitbekommen, weil du von oben gekommen bist und mich angeschossen hast. Aber du hast ihn dann nicht getötet. Hä? Chris? Hallo. Ich nehme mal vor jetzt gar nichts. Max, du Chris. Das ist glaube ich kein Operator benutzen. Habe ich doch gerade gesagt, dass ich keinen nehme. Warum denn? Da möchte ich den privaten, dass der cool ist. Gini-Mütter. Oh, guck, Auto runter! Ich werde ein Kind ein-Kind ein-Kriegen. Oder Chris. Was war das? 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 Ich habe einen Team nicht klar. Was. Michael. Das macht mich total aggressiv. Ah! Scheiße, brüß mal! Clemens Athlete Immer schnell einen Ziktak, dann kannst du mich nicht treffen Tell me to q Ich will was testen Lauf Clemens beweg ich zu schnell Ja, ihr müsst es jetzt schaffen. Ich habe oben Pulse eingekesselt. C4? Das war Pulse. Warte, Wiederbelebenshalter. Nicht wiederbeleben. Die müssen die wiederbeleben, die geilsten. Boah, ich hätte fast den Hedger verpasst, Michi. C4? Das ist noch einer. C4? Direkt dahinter. Die sind so aus. Die waren doch schon verletzt. Die sind so dumm. Echt, schlau von denen. Zweites C4. Beide mal an die Stelle, ne? Erst verletzt sie dir zu tun. Ja, mein Gott. Sind halt die Zombie-Guyser auf jeden Fall nie gelebent. Will einer mit von oben kommen? Ich will nicht alleine gehen. Ja, Mario. Mario, du hast mich von hinten, ne? Ja, so ein bisschen. Aber nicht von der Seite. Lol, was soll das denn? Ja, mittlerweile kann man das Schild durchschießen. Ah. Ah. Nein. Ah, kacke. Der hat mich instant weggeballert, ohne dass ich eine Chance hatte. Küche. Über dir. Throne. Kammer. Ente dir, ente dir, ente dir, ente dir. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der ist glaube ich nach oben, oder? Nice. Nice! Wundervoll! Bam, bam, bitch! Okay, wer hat mir das Eis geklaut, Leute? Ich glaube, du musst verprügeln. Ich nicht. Ich war useless. Entschuldigung. So wie immer. Oh, Leute, ey. Oh, ja. Junge, Junge, Junge. Einmal in Feuer! Musik square in Fleisch die H myself書着. Ich bin die Hüte. Sjock, files!